Nachher ist das ein Bug und die Figur gibt es gar nicht. Ich habe gar keine erleuchtende Kreaturen, ich laufe mich hier zu Tode. Aber es wird dunkler, eventuell finde ich sie jetzt dann gleich. Aber wenn sie leuchtet, dann dürft ihr sie ja vom Weiten schon sehen wahrscheinlich. Wald. Der Wald ist da hinten. Aber hier ist nichts, hier ist keine leuchtende Kreatur. Mann, Spiel. Kann ich hier noch rechnen? Ja, ist gut. Ich habe es verstanden, dass ich da nicht lang laufen kann, aber ich sehe halt, wo die Grenze ist. Mann. Ne, das ist das Lager wieder. Nicht gut. Die haben halt auch eine Reichweite beim Schlagen, das ist fürchterlich. Okay. So, da haben wir noch ein Gemälde, das würde ich auch wieder gerne mitnehmen. So. Sonst ist hier nichts, ne? Ne. Dankeschön. Ich sehe keine leuchtende Kreatur. Doch da. Da ist sie. Man kann sie nur nachts sehen, okay. Hallo. Ähm. Wow. A talking donkey. I am a deer. How dare you to speak to the spirit of this forest in my face. Wow. Deer. Are you toxic? Glowing like a Christmas tree. And who's toxic here? I am a magical deer, I told you. Yeah. So, now you have to grant three of my wishes? Uh, I need to think. You're confusing me with someone else. I don't grant wishes, but I can give you something if you help me. Help you with what? This forest is polluted with evil, and soon there will be no life left at all. It must be cleansed before it's too late. And how to do it? To begin with, reduce the population of bears. They infect trees with filth. Your wish will be granted. Oh, okay, okay. Töte drei Beeren. Ich soll die drei Beeren töten. Okay, da vorne läuft ein Bär. Ähm. Was ist das denn? Vorm Loch dran. Okay. Ich brauche aber, ähm. Ich bräuchte Dingens. Mehl trinke. Ich gehe jetzt erstmal kurz zu meiner Taverne. So nett, dass sie auf mich achtet. Ähm. Ich gehe jetzt erstmal zu meiner Taverne. Wie sitzt du? Okay, ich habe Platz haben wir noch. Mal kurz hier. Schnell den Mais pflücken. So. Good day to you. Good day to you. Ich muss sagen, ich finde den Tavernen-Dings hier, das Tavernenspiel, finde ich schon cooler als das andere. Das andere ist auch lustig, macht auch Spaß, aber das hier ist schon noch mal eine Nummer besser. So, kann ich hier den Brei einfach essen und kriege ich auch Lebenspunkte, wunderbar. Sag mal, habe ich dir eigentlich erlaubt, hier rumzulogern oder was? Anabflug! Du Kackfugel! Mieser Drecksack, dreckiger. Wie kann ich denn? Wie kann ich die denn umsiedeln? Entfernen. Entfernen, okay. Ich nehme den und den und die mache ich jetzt gerade mal hier rein. So, dann würde ich den nehmen, den würde ich jetzt einfach da mal so nebendran setzen, dann würde ich mir wiederum erstmal ein weiteres Bild aufhängen. Wo hängen wir das jetzt hin? Hier. Haben wir da? Das ist cool. Die sieht ein bisschen psycho aus, aber der hat auch schon gut den guten Old Tom drinne. So, wir brauchen, ich würde mal sagen, zwei weitere Truhen wäre nicht verkehrt. Äh, ich hätte gerne einen Grill, Regale, ne Weltkarte, ich kaufe eine. Eventuell, ich habe keinen Platz. Eventuell kann ich mit der Weltkarte irgendwie ne Map, dass ich zukünftig ne Map habe oder so, das wäre nicht schlecht. So, hier würde ich eine Truhe gerne reinmachen in die Mitte und eventuell würde ich hier noch eine Truhe hinmachen. So. 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 Ah, der Grill noch. Hatte ich nicht. Hatte ich nicht ein Krugregal noch gekauft? Bin ich blind? Und ne Weltkarte? Ich bin verwirrt. Ah. Ah. Wo mache ich die hin? Ich mache die hier hin. Ne. Hier kann ich nicht. Hier könnte ich wiederum. Ich mache die da hin. Dann würde ich in den Grillchen. hier platzieren. Aber ich war der Meinung, ich hatte noch mehr gekauft. Ich habe die Weltkarte definitiv gekauft. Wo sind die? Wo sind die gelandet? Ich habe die doch, ich habe die doch bei ihm gekauft. Guck mal, hast du mich über den Tisch gezogen, Kollege. Der Miese. So ein Arschloch. Es ist. Ich habe hier auch noch einen Lieferdienst. Ich glaube, es hackt. Ach du heilige. Oh Gott. Wir haben auch noch einen Lieferdienst hier am Start. Ich glaube, es geht los. Wie soll ich denn das noch bewirken? Also kommen wir aber langsam nicht mehr mit. Hm. Ich nehme mal die Schüsseln. Okay, die schmutzige Schüssel habe ich noch. Hier würde ich mal einfach mal da reinschmeißen. So zwei Stück davon. Dass ich hier mal schön Bier nachlegen kann. Den Mais, den kann ich hier rein werfen. Plus das Fleisch, plus die Pilze. Das Saatgut würde ich da jetzt nicht unbedingt mit rein werfen wollen. Ah, die nehme ich mir raus. Da haben wir noch Mais. Da habe ich noch Fleisch. Da habe ich noch Bierkrüge. Wir können hier mal schnell hier da was aufsetzen. So. Das geht auch hier rein. Der nicht. Das können wir mal alles hier reinschmeißen. Das brauchen wir nicht. Das schmeiße ich da auch gerade mal rein. Das würde ich gerade mal mitnehmen. Ja, guck mal. Die schmeißen wir auch gerade mal da rein. Hast du auch. Waschen wir nochmal schnell ab. Sehr schön. Dann machen wir schnell zweimal Wasser. Okay, das kann ich noch nicht machen. Ich mache erstmal das Starkbier nochmal. Jetzt füllen wir auch gleich nochmal auf. Dann holen wir wieder frisches Wasser. Das nehmen wir gleich mit. Den platzieren wir gleich mal hier. Den lassen wir da jetzt erstmal drauf, bis wir ihn brauchen. Wir laden. Hopp. Sehr schön. So, ich habe aber überhaupt keine Kohle mehr. Das heißt, ich müsste rein theoretisch kochen. So, ich mache mal gekochten Mais. Die nehme ich mir jetzt gerade und die stelle ich mir jetzt einfach mal hier hin. So, ich habe hier noch einen Grill. Da brauche ich nur das Fleisch. Ich habe sogar fünf Stück Perfektor. Ich mache nochmal. Ich bereite noch ein bisschen Mais vor. Oh. Müssen wir hier schnell reparieren. Ein bisschen beschädigt. Ein bisschen beschädigt. Ein bisschen beschädigt. Ah. Das Fleisch platziere ich mir hier unten. So. Hier können wir nochmal den Mais nachschmeißen. Sehr schön. So. Und dann machen wir den Laden wieder auf würde ich sagen. Erstmal ein bisschen Geld verdienen. Um die Bären kann ich mir auch später kümmern. Jetzt habe ich keine Schüssel mehr, ne? Shit. Wenn jetzt einer rei will habe ich ein Problem. Ah. Sehr zu spät. Und ich muss sagen, dass wir Fleisch anbieten. so. Da kommen sie schon. Die hungrigen und durstigen Gäste. Schnell rein. Willkommen. Einmal Fleisch, Bier und Brei. Da haben wir schon ein Problem. Einmal Mais. Und nochmal Mais. Okay. Mais, Mais. Bier, Fleisch. So. Habe ich hier noch ein paar. Lüge habe ich da nicht mehr. Nehmen wir hier mit. Steck morgen ein. So. Will einer Bier gerade irgendwie so. Brei, 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 Brei. Und du willst ein Fleisch. Ah. Fleisch. Du willst ein Mais. Gibt sofort was. Gibt sofort was. Gibt sofort was. Ich bin dran, den Brei zu machen. Moment, Moment, Moment. Gut. Kurz abwaschen. Wir haben Bier getrunken. Fahnen Abend. Ich hasse es, wie das passiert. Ach. Ich. 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 Muss den Mais wegbringen. Ich. Oh Gott. Oh Gott. Ich. Ich. Werde es schaffen. Ich bin mir ganz sicher. Keine Ahnung. Ah. Ich. Eriks. So. Habe ich hier noch. Habe ich noch. Ah. Den Brei. Zack. Zack. Und kochen. Gibt sofort den Brei. So. Du möchtest ein Bier. Bitteschön. Kannst du haben. Du möchtest. Fleisch. Gibt sofort. Ah. Hier am Teller. Komm. Ist nicht wahr, ne. Das mit dem Abwaschen ist halt echt ätzend. Ja. Genau. Hätte ich auch gesagt. Ah. Was möchtest du? Du willst auch ein Brei, ey. Weiß. Tausende andere Sachen könnten sie haben wollen, aber nein. Alle wollen sie brei. Ah. Kann ich jetzt grad nicht kochen. Moment. prop Eis. Okay. Immerhin. Immerhin. Ich will mal wieder einer Mais haben. Bitteschön. so ich habe kein kein abwaschwasser mehr moment 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 ist dann machen wir noch mal ein bisschen berei was möchtest du möchtest du meist so zu kriegen wir war schon einmal schab zweimal fleisch so dass das fleisch aber auch alle mehr habe ich nicht mehr fleisch haben wir nicht ich muss es von der karte nehmen es gibt kein fleisch mehr nur noch meist rei und bier was ist denn das wer hat denn er bringt den ihr strom mit was ist denn mit euch bierchen ob salat meistens meistens berei drei mal drei wer macht der sowas frei hau ab jetzt raus rum rumlö blablabla lallen er kann selber nicht mehr reden hier so okay ich nehme den rei kurz von der karte so 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 kann man es so kriegt man es hin man muss immer nur gelegentlich wenn irgendwas ausgeht was von der karte nehmen in dem fall zum beispiel jetzt den mais da komme ich hinterher habe ich keine feiergönten kunden die gehen das wünscht gut so so mal wasser holen so 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 Kannst auch schon einsitzen, ne? So, Geschirr ist gemacht. Ist nicht wahr. Abloh. Er ist ein Problem. Mir fehlen zwei Bier. Ich brauche dringend Bier. Ganz, ganz dringend. Beziehungsweise, ich mache erstmal den Laden zu, bevor noch mehr kommen. Abloh. Ja, die zwei wollen Bier und ich habe kein Bier mehr. Tut mir leid, die Herren. Habt ihr jetzt halt leider Pech. Ich kann es leider nicht ändern. Ich könnte Bier kaufen, aber muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht ändern. Sind die zwei halt verärgert, mein Gott. Kann mich hier nicht um alles kümmern. Und es geht halt nie anders. Ich bin da drin. 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 Ah, jetzt habe ich da drauf. Ich wollte gar keinen Honig kaufen. ich habe die ausrufezeichen wollte drauf gehen und damit das weg ist und jetzt ist es so ein ofen okay ein kompost einmal auch davon auf jeden fall noch mehr das würde ich auch ganz gerne mal testen ich kaufe davon auch mal zwei, davon kaufe ich noch mal ein ja so einmal, zweimal schmeiße ich jetzt gerade mal alles hier rein die teller, die kann ich ja schon mal zum großen teil da oben platzieren den brauche ich aber auch nicht dämonisch können wir mal anpflanzen brauche ich aber hier wieder den und die gießkanne da oben habe ich meine gießkanne die bärin muss ja auch noch ein bisschen töten da machen wir später oh, hier nur ein bisschen da oben da oben da oben so kein wasser mehr, nur das wasser holen und hier nur ein bisschen und da noch ein bisschen und doch ein bisschen wunderbar, so dann kann das auch in ruhe wachsen so wasser am auch wieder aufkühlt gut so, ich muss noch mal eine kleine pause erlegen, ich trinke zu viel kaffee, merke ich gerade ähm so dann bis gleich jetzt jetzt läuft es sehr schön ähm den haben wir warte mal, ich würde ganz gerne das andere Bier machen und da brauchen wir noch Hopfen so ich kann das hier vor sich hin rodeln ich nehme mal alle mit das hört sich nicht gut an kann ich so im allgemeinen kann ich den aber nicht zusammen klöppeln ne, schade ok dann machen wir einmal das hin dann würde ich noch mal den hier nehmen und würde das hier machen Wasser hier wäre ich mal so frei und würde noch mal Mais kochen ja einmal geht auf jeden Fall noch Mais kochen einmal geht auf jeden Fall noch Mais kochen wieder beck da gut wir haben wir definitiv wir